Wir haben so ein neues Würmchen hier bei uns zu Hause. Moin Leute, ich bin's wieder euer Testy Boy. Neue Location mal wieder. Heute ein etwas anderes Video als sonst. Heute geht es nämlich nicht um ein Wish-Produkt, sondern um etwas anderes. Wie ihr es vielleicht schon hier oben seht, Werbung. Und zwar folgendes. Zum einen erstmal zu der Locations-Veränderung. Wir haben so ein neues Würmchen hier bei uns zu Hause. Das ist die kleine Maui, ein kleiner Pomeranians-Bagspitz. Und deshalb nehme ich heute hier auf, weil sie jetzt frisch hier ist und nicht so viel allein sein soll. Und zwar hat mir die Firma Justus Brown eine Uhr zukommen lassen. Und ich würde die gerne einmal testen und euch sagen, was ich davon halte. Und dann gibt es für euch noch eine Überraschung. Also, wir haben zum einen in diesem Paket, was wirklich sehr schön ist, haben wir hier so schöne Holzspäne drin. Zum einen haben wir einen Willkommensbrief, der wirklich sehr nett geschrieben ist. Sondern es geht um diese Uhr. Wie ihr schon mal seht, super schön verpackt in so einer blauen Holz- in so einer blauen Pappschachtel. Machen die Uhr einmal auf. Und so sieht das Ganze aus. Ich werde euch nachher noch schöne Detailaufnahmen einblenden, damit ihr genau seht, was es gibt. So, wir haben zum einen Uhr in dem Paket, aber wir haben auch, und das ist wirklich richtig geil, und zwar haben wir hier nämlich noch so kleines Werkzeug. Was wirklich nachher zum Batteriewechseln, beziehungsweise wahrscheinlich auch zum Armbandwechsel gedacht ist. Ich hoffe, es knisse jetzt nicht so, weil der Hund zerlegt hier gerade den Karton. Was man sagen muss, ist, die Uhr ist wirklich echt schön und liegt super gut in der Hand. Verarbeitungstechnisch kann ich hier auch gar nichts sagen. Also, wir haben hier wirklich, so sieht die Uhr jetzt im Ganzen aus, wir haben ein schönes Metallarmband. Dann haben wir eine wirklich sehr schöne, das Ziffern, sehr klassisch die Uhr, aber wirklich sehr elegant. Sie liegt sehr gut in der Hand, ist nicht zu schwer und nicht zu leicht. Hinten ist wirklich ein sehr schönes Detail. Da haben wir so eine Art Kompass. So, einmal ein paar Details zu der Uhr. Das ist jetzt das Modell Maddox Black. Wir haben hier gehärtetes Mineralglas, also haben ein Quarz-Urwerk. Und sie ist dicht bis 5 Bar Druck. Wir haben hier wirklich ein schönes Armband aus Edelstahl. Die Uhr ist auch selber aus Edelstahl. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal in Detailaufnahme. Bis zum nächsten Mal. Kommen wir zur Bewertung. Wie immer in meinen Videos, auch bei dieser Uhr eine Bewertung. Verarbeitung. Also die Verarbeitung, unabhängig davon, dass ich das Produkt jetzt von der Firma bekommen habe, ist wirklich exzellent. Also es ist wirklich eine exzellente Verarbeitung. Es ist wirklich detailreich verarbeitet. Überall sind kleine Details. Das Edelstahlarmband und auch das Edelstahlgehäuse machen einen super hochwertigen Eindruck. Sehr hochwertig aufgebaut. Der Verschluss, auch schön aus Metall, kein Plastikverschluss. Das Armband ist wirklich schön. Deshalb gibt es hier für die Verarbeitung 5 von 5 Testis. Zur Funktion. Ja, was hat eine Uhr schon groß als Funktion, außer die Uhrzeit anzuzeigen? Die Wasserdichtigkeit könnte ich jetzt probieren, aber ich bin nicht so der Taucher. Deswegen vertraue ich dem Hersteller da einfach mal. Falls ich damit die nächsten Tage duschen gehe oder auch mal baden oder so, werde ich euch nochmal berichten. Ja, sonst, Verschluss klappt super. Die Einstellmöglichkeiten, um den Verschluss einzuschüssen, sind sehr einfach. Deswegen gebe ich hier auch glatte 5 von 5 Testis. Und Verpackung und Versand, wie immer, wirklich mega schöne Verpackung. Super edle Uhrenbox, dabei noch dieses Tool, um den Anschluss einmal aufzumachen und um die Armbänder nachher zu wechseln. Und hier der Karton, auch super schön mit diesem Holzraspeln. Also alles in allem, top, top, top. Und deshalb gibt es von mir hier auch 5 von 5 Testis. Wir sind mitten im Wish Semba. Dieses Produkt ist jetzt nicht vom Wish, aber diesmal könnt ihr nicht nur die Uhr gewinnen, sondern für jeden von euch heute ein Gewinn. Und zwar kriegt ihr von mir 20% auf alle Uhren in dem Sortiment von Justus Braun. Den Link und den Code schreibe ich euch unten in die Infobox. Dort könnt ihr jetzt euch einmal durchsuchen. Die haben wirklich sehr schöne Uhren. Von roségoldenen bis goldenen, über silber bis zu diesen schwarzen Uhren ist wirklich alles dabei. Und für jeden von euch ein 20% Coupon von mir für euch. Der Coupon ist evenrese20. Er steht unten nochmal in der Infobox. Deshalb heute keine Uhr zu gewinnen. Die trage ich unbedingt selbst, weil ich die Uhr wirklich sehr geil finde. Ich mache das nicht nur als Product Placement, sondern wirklich, weil ich diese Uhren feiere. Ich finde sie extrem edel aufgebaut. Und ich würde sagen, habt einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen, 18 Uhr wieder. Haut rein. Bis morgen. Ciao.